So, jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neunten Video auf dem Kanal. Ja, heute zeige ich euch mal, wie ihr ein Superheld in Minecraft sein könnt. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. Let's go! So, als erstes gebt ihr hier den Link ein. Das steht nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr entweder die Datei runterladen oder die mit der CurseForge App installieren. Und ich installiere die jetzt mal mit der CurseForge App. Da könnt ihr dann hier einfach den Link öffnen. Und dann bekommt ihr auch schon so eine kleine Benachrichtigung. Und da könnt ihr dann einfach auf Create New Profile drücken. Und hier könnt ihr dann den Namen eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal Superhero ein. Und dann klickt ihr einfach auf Create. So, dann müsstet ihr hier so ein Profile haben. Hier ist zum Beispiel auch noch das Profile von dem Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr einfach so eine Affili-Drohne in Minecraft fliegen könnt. Und ja, dann klickt ihr aber hier mal drauf. Seht ihr hier, Fisk's Superheroes ist runtergeladen. Und dann könnt ihr hier einfach auf Play drücken. So, dann müsste sich bei euch auch schon der Minecraft-Launcher öffnen. Dann geht ihr hier einfach auf Spielen und Spielen. Und dann lädt auch schon euer Minecraft. So, ich bin jetzt hier auch schon in Minecraft drin. Ich mache noch einmal schnell Vollbild. So, dann könnt ihr hier einfach eine neue Singleplayer-World erstellen. Geht's hier mal auf Create New World. Und dann, ja, Superhero Game Mode Creative. So, genau. Dann seid ihr hier auch schon in eurer Welt drinne. In dem Video, wo ich ja die ganze Mod getestet habe, ist übrigens oben über mir verlinkt. Da hatte ich ja so eine Stadt drinne. Und darum zeige ich euch jetzt, wie ihr hier so eine Stadt noch bekommen könnt. So, um diese Map zu installieren, geht ihr einfach auf diesen Link. Den habe ich auch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann scrollt ihr hier ein bisschen runter. Dann klickt ihr hier auf Download Map. Und dann lädt es auch schon runter. So, dann müsstet ihr in euren Downloads-Ordner so eine ZIP-Datei finden. Die extrahiert ihr dann mal mit Alle extrahieren. Und dann klickt ihr einfach auf Extrahieren. So, dann müsstet ihr hier so einen Ordner bekommen. Da macht ihr einmal Doppelklick drauf. Dann findet ihr hier diese Colorado River-Datei. Und die kopiert ihr euch einmal mit STRG-C. Und dann geht ihr wieder in CurseForge rein. Und hier macht ihr dann Rechtsklick auf die drei Punkte hier. Und sagt dann Open Folder. So, dann müsstet ihr sich hier so einen Ordner öffnen. Und dort geht ihr einmal auf Saves. Und dann macht ihr einmal STRG-V. So, da habt ihr dann auch schon eure Map. So, ich bin jetzt wieder in Minecraft drin. Dann geht ihr hier auf Singleplayer. Und ja, dann wird euch hier auch schon die Map angezeigt. Da könnt ihr dann Doppelklick drauf machen. Und dann lädt es kurz. Und wir sind irgendwo unter Wasser. Aber, perfekt, hier ist auch schon unsere Stadt. Und ja, ich finde, die sieht echt, echt cool aus. So, und hier könnt ihr euch dann wirklich super viele verschiedene Superhelden raussuchen. Zum Beispiel Spider-Man. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Varianten auch. Ich ziehe den jetzt einmal schnell an. Und dann habt ihr hier wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten. Schau mal, ihr könnt auch höher springen. Und dann könnt ihr hier einfach so nice schwingen zum Beispiel. Und es gibt wirklich so, so viele geile Superhelden. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ja, und guckt euch auch gerne noch an, wie ich die Mod ausprobiert habe. Weil ja, ich habe so ein paar Superhelden einfach mal getestet. Und ich muss sagen, das hat echt, echt Bock gemacht. So, ich würde aber sagen, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.